Und holen noch nicht zurück Er wackelt, entschließt sich das Erlaubt Er wackelt, entschließt sich das Erlaubt Der Maaf mit Schatten ist auf der Sucht Nach dem Maafenreiche bereist Und komm noch nicht zurück Er wackelt, entschließt sich das Erlaubt 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 Ich bin auf Ravensat-Home. Yada ist auf mich. Ich muss auf Ravensat-Home gehen. Ich bin auf Ravensat-Home. Ich bin auf Ravensat-Home. Ich bin auf Ravensat-Home. Jetzt, du zwei. Du bist zu leicht auf ihn. Vielleicht ist das Problem, dass du einfach zu hart auf ihn bist. Was sagst du? Oh, ich? Nicht nur eine Sache. Das ist eine Sache. Ich hoffe, dass du uns in deinem Party in der Zukunft invitierst. Auch wenn es außerhalb von G.U. Assignments ist. Ja, ich glaube mit Kuhn. Ich würde mich nicht interessieren, zu sein, auch wenn es außerhalb von einer Mission ist. Aber nicht die falsche Idee. Ich bin nur gehen, weil ich nicht wissen, was du tun könntest. Ich bin nicht ein Haag. ... Master Yada ist auf uns, in der Serpent of Lore. Es wäre verrückt, ihn zu halten. Ja, das ist was er gesagt. Oh? Ich habe das nicht gehört. Wenn ich mich richtig erinnere, bist du zu Kuhn verabschiedet? Okay. Also, was muss ich machen? Geh mit ihm ein Gespräch. Gespräch? Endruns ist ein Spieler mit vielen Mysterien. Seine Vergangenheit, seine Fähigkeiten als Epitaph-User, und seine Verbindung mit Ida, sind alle ungewöhnliche. Es gibt eine Grenze zu dem, was in den System-Logs kann. Das ist deshalb, dass ich mich für mich investiere. Du willst mich für ihn interrogieren. Du denkst wirklich, dass er einfach singt wie ein Kuhn? Auch wenn er so macht. Es gibt keine Warnung, was er sagt, ist wahr. Ich will determine, was ist wahr. Endruns ist apathetisch. Er benutzt einen sehr langweiligen Stil. Langweil? Die Zeit, Endruns spenden online ist unnatürlich lang. Yet, at the same time, he shows little interest in either battles or chatting. So, he's a loner. In fact, the only place that Endruns seems to be partial to, and interacts with other players, is in the Arena. In other words, if there was a chance to ascertain what Endruns' true intentions were... It would be in the Arena. Yes, that is what I believe. I'll do what I can. I've got things to say to him anyway. In return, I want Tri-Edge. Of course, I know. I can't see that. Der war mit Schatten nicht auf, der sucht nach dem abendröchen Bereich.